Darmkrebs ist ja weiterhin ein häufiger Tumor, bei Männern und Frauen fast der zweithäufigste Tumor an sich. Und da er so häufig ist, macht es auch Sinn, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, ob man diesen Tumor verhindern kann. Da gibt es zwei Dinge. Einmal, Sie können selber was tun, Ernährung, Bewegung, gesundes Leben. Aber wir haben auch gelernt in den letzten Jahren, dass eine endoskopische Vorsorge, also eine Vorsorge-Coloskopie, hier einen sehr großen Stellenwert hat. Mit einer Vorsorge-Coloskopie kann man das Risiko, dass Sie in einem Darmkrebs erkranken, um fast 50 Prozent reduzieren. Bei einer Vorsorge-Coloskopie, einer Darmspiegelung, schauen wir mit einem Endoskop vorne in der Kamera in den Dickdarm. Das ist der letzte Teil des Darms. Das wird im Wesentlichen von unseren niedergelassenen Kollegen gemacht, in der Vorsorge, sondern in der Praxis, die das auch auf einem sehr hohen Niveau in Deutschland durchführen. Und wir suchen zum einen natürlich, ob es ein Tumor vorliegt. Aber viel wichtiger ist, dass wir Vorstufen eines Tumors suchen. Sogenannte Polypen. Die kann man entfernen. Und wenn man die entfernt hat, dann kommt an dieser Stelle aus dem Polypen halt kein Karzinum mehr. Und aus kleinen Polypen werden große Polypen und aus großen Polypen dann Tumoren. Damit kann man letztendlich eine Operation verhindern. Viele Menschen nehmen das bereits in Anspruch und machen das. Aber viele Menschen haben auch noch Respekt vor dieser Untersuchung, halt auch vor der Vorbereitung, weil sie müssen den Darm säubern vorher. Das ist aber unbegründet. Mittlerweile kann man die Untersuchung mit einer Schlafspritze, mit einer medikamentösen Siedierung so angenehm gestalten, dass sie da fast nichts vermerken.